Jo, herzlich willkommen zurück nach langer Zeit mal wieder eine kleine Aufnahme. Ja, ich war gerade in der Zeit ein bisschen pausiert, weil zum einen habe ich jetzt wieder Schule und zum... Ist das alles richtig hier? Ja, okay. Zum einen hatte ich Schule, klar. Ich bin ja voll schulische Ausbildung. Und zum anderen bin ich gerade dabei, selber eine kleine Spiele-Engine zu erstellen, die so Doom-like ist, in Pure Basic. Und da hatte ich halt jetzt die letzten Tage dran gearbeitet, weswegen ich, ja, nicht so viel gespielt habe. Dementsprechend natürlich auch kaum Let's Plays. So, nichtsdestotrotz... Ähm, Idee, genau, nein, äh, ja, okay. Nichtsdestotrotz geht's jetzt weiter, weil jetzt will ich halt wieder, hehe. Jo, sind ja bloß noch zwei Maps bei Extermination Day mit Prudel-Doom. Jo, von daher krallen wir auch die erste gleich mal vor. So viel Gesellschaft hier. Wow, was? Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass meine Maus nicht so ganz reagiert. Okay, doch. Gut, okay. Ich spiele einfach nur so scheiße. Okay. So. Gut. Erste Welle ist nochmal... Jetzt. Erste Welle ist schon überstanden. Alter. Keine Gewitter-Wollguten zu sehen, aber doch noch. Ja, das ist ja... Also... So. Ähm... Ja. Bei der Map... Ähm... Die kennen wir ja. Hatten wir schon mal mit Doom for Doom gespielt. Klappe jetzt hier. Hatten wir schon mal mit Doom for Doom gespielt. Erinnert allerdings nichts daran, dass diese Map so verwinkelt ist, dass ich keinen Plan habe, wo wir hin müssen. Ich werde also so wie le... Ach, hier unten bist du. Ähm... Alter, dieses Gift wird da. Ähm... Wird also nichts daran ändern, dass ich hier wahrscheinlich erstmal einfach so drauf loslaufen werde. Mal gucken, wo ich diese Wege hinführe. Fuck. Sind wir jetzt noch getroffen oder nicht? Keine Ahnung. Scheiße, Wevenants. Die gehen mir sowas von auf die Eier. Erstmal aufräumen. Erstmal wieder Aim in den Uten. Zum Hintergrund, ähm... Ich hatte zwischendurch immer ein paar andere Spiele gespielt, aber... Halt eher sowas wie, ja, weiß nicht, Vanilla, Doom oder hier, ähm... Was ja zu Halloween rauskam, da kam mir, ähm... Eine sehr schicke Mod für Doom 2 raus, also für GZ Doom vor allen Dingen. Ähm... Und zwar Total Chaos. Ist praktisch, äh... Also... Total Chaos... Total Conver... 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 Also, ja. Es gibt irgendwie so ein Spiel, Total Chaos, und das wurde jetzt für die GZ Doom... Äh... Portiert. Der ist Total Convertation. Ja. Und das hab ich halt gespielt. Ultra geil. Aber auch ultra scheiße. Im Sinne von, das Spiel ist scheiße, Atmosphäre... Äh, Quatsch. Das Spiel ist geil, Atmosphäre ist geil, aber die haben dann so ein Inventar-System. Äh, ist halt ein Survival-Game. Und dieses Inventar-System ist komplett behindert. Extrem unausbalanciert und extrem behindert. Also, wer gerne euch spielen möchte, sehr gerne, aber... Ich warne euch vor, ihr werdet dieses Inventar-System hassen. Aber das Spiel selber ist ultra geil. Also, definitiv mal Blick wert. Ist auch kostenlos. So. Ey, Glück, brech diese Dinge hier nicht ein. Gibt's besser noch. Sagte er und stürzte in das Lava. Also, ich bin ja ein Naturfreund, aber dieser Baum hier nervt. Da ist ein Kopf. Ah gut, ich wechsle mal auf eine etwas brauchbarere Waffe. Und ja, der eine oder andere wird's bereits gemerkt haben. Äh, ich spiele hier mit absolutem Anfänger-Equipment. Halt also eine ganz normale Futsu-Siemens-Tastatur. Die billigste aller billigen ist halt eine Bürotastatur. Und eine Maus von Arctis... Salala. Also, irgendeine Nonay-Maus. Ultraschlecht. Deswegen ist auch diese Maus-Bewegung hier immer so ein bisschen stockernd, weil die Maus ist nicht mehr aufgelöst. Also, nicht mehr auflösend. Bei der Abtastung des Mittagrundes. Äh, wer schießt die hier? Oha. Weiter. Habe ich schon gespeichert, ja, ne? Ja. Ich spiele es mal nochmal. So, wir gehen mal von der anderen Seite ran. Von der Seite komme ich hier nicht allzu weit. Schon besser. War riskant, aber ich hab's geschafft. Das wird noch riskanter. Alter. Wenn man mal Glück hat, unser Glück wird gleich überstrapaziert. So. Läuft der oder hat der weggeschossene Beine? Dem habe ich die Beine weggeschossen, oder? Oder läuft der einfach nur so behindert? Hm. Gute Frage. Halt der speichert schon wieder? Ja. Wenn du was von mir wirst, komm her. Aber schieß keine Bälle. Ich bin nicht so gut im Fußball. Ah ja, doch, der war mir die Beine weggeschossen. Ich erlöse dich mal. Ah, komm mal her. Ich werde dich aber wirklich so wieder beim Stockhand bei mir. Nö, geht eigentlich. Äh? Wow. So, da ist jetzt noch einer. Na komm her. Gut. Oh, da haben wir uns sogar Blitze gesehen. Das hat sich so einen Blitz auch gesehen. Wusste gar nicht, was geografisch hergestellt wird. Egal. Interessiert daran, dass sie die Gewitterwolken vergiffen haben. Weil das sind keine Gewitterwolken. Jetzt gucken wir die dazu. Wow, wo war der? Ich hör was. Dope. Und weg ist er. Oh. Guck mal, wer da kackt. Oh. Wir haben Damen besucht. Wir müssen jetzt retten. Geht doch. Ja, es ist vertroffen gerade bewölkt, aber die Sicht auf meine Bildschirm ist tropfen nicht so grandios, wie hier sind wir gerade draußen. Aber es geht. Es geht. So, hier bin ich hoffentlich jetzt sicher. Nein, bin ich nicht. War doch klar. Wo denn? Ach so. Da schießt ja wer mit Feuerbällen. Ach da. So. Bin ich jetzt sicher? Gut. Daran speichere ich mal. Okay. Und ab geht die Post. Gehen wir mal hier rüber. Und dann gucken wir mal weiter. So, da ist eine Brücke. Da muss ich also wahrscheinlich auch noch einen reinigen. Außerdem kann ich hier gerade nur so hin. Bin ich der einzige. Da ist das hier ein bisschen größer. Ne, ne. Ah, ich kann hier rüberspringen. Hier rollen wir. Wow. Ja. Ich kann aber auch verkascheln. Na gut. Geh mal hier lang. Fuck you. Ah, du hast die Brücke. Ha, geschafft. Wir freuen uns ja. so ok wie ne pussy ach mal speichern und dann können wir mal weiter wow da hinten gibt es auch noch mal da einen besuch alter, wie kusten denn mich? hm, verstehe ich nicht na gut, nur getan vorbei ha, geschafft so, ok wow ich weiß nicht, ob das hier genutzt wird was ich hier gerade mache wow, wow, alter ich wohb doch richtig ich hab keine ahnung ich hab mich festgefahren das geht doch gar nicht dass ich auch immer in den ungünstigen Momenten speichern muss ja hier komm ich nicht mehr raus Alter, wo kann ich helfen? oh Gott das musste ja so kommen, oder? das gibt's doch gar nicht ach, so, da unten kann man noch hin und jetzt? jetzt bin ich doch noch weiter unten ich glaub ich hab verkackt ähm so rechts von mir ist ein secret das heißt also jetzt so vor mir da ist aber überall Lava hm hm ach, dabei fällt mir grad ein ich kann ja mal ganz kurz was probieren und zwar gibt es von HXRGC HXRGC hat also quasi dieser Mod hier eine neue Version ähm muss ich mal gucken das war die 77C glaub ja 7 7 7 7 Version 7.7 7 10 guck ich mal kurz ob man das so wechseln kann weil teilweise geht das nicht wenn man echt viel bei einer Version gespeichert hat dann muss man das halt auch mit der Version durchspielen ist halt so weil es sind halt Speicherpunkte logisch das makes sense deswegen aber gucken ob es funktioniert es funktioniert es funktioniert geil das heißt nämlich dass ab jetzt diese Karten hier angezeigt werden das war ja bei der Befährigen Version hat das nicht funktioniert und jetzt funktioniert das ganze so das ändert allerdings ein bisschen an unserer Lage da kann man auch das muss ich mir merken das muss ich mir merken und jetzt auch weil hier ein Secret ach ach so ich bin dann auch Secret dran vorbei ja auch nicht ich glaube mal das hier ist das Secret ich glaube mal das hier ist das Secret okay nein ist es nicht egal zumindestens habe ich hier viele Bord da das ist schon mal gut ich wüsste aber doch gerne was denn dieses Secret ist das ist in der Richtung oh Gott Alter ich hab doch sowieso hmm ach so okay also das ist da scheinbar da oben irgendwo auf dem Berg äh da hinten oben irgendwo auf dem Berg drauf komme ich von hier unten also ist sowieso nicht hin okay okay gut wir sind hier äh ja genau da waren wir vorhin und der ist jetzt hier oben okay gut ich persönlich würde einfach mal zurück gehen und versuchen da oben auf die Brücke rauf zu kommen ich weiß nur nicht wie oh oh Mann Alter hat mal voll an den geht doch geht doch so ein Halfpack schadet nicht irgendeine Lava Tür aha hier hinten sind wir jetzt auf die korrekte Weg aber da vorne braucht man wahrscheinlich eine blaue Cards so wie es passiert ich erkenne es leider nur sehr scheiße sehr schlecht ja blau ah ok ja aha hier kommt der hat sie mit also wir kommen da gar nicht hin wir kommen da gar nicht hin oh da muss man da oben lang das kann natürlich sein gut dann versuch ich mal da oben ähm äh rauf zu kommen oh Gott das ist ja alles das ist ja alles so verwinkelt sieht man überhaupt nicht wo irgendwas ist kommt man hier irgendwo lang da oben ist was und hier ist eine Treppe ja das ist ja das ist ja das ist ja genau das wo wir zusammen gelaufen sind überbringt halt nichts weil hier kommt man zu hin das macht überhaupt keinen Sinn Doppelsprung ist auch nicht hier gibt es übrigens auch noch Mods für wo man praktisch bei sämtlichen Mods also wie Herr Brutal Doom zum Beispiel Doppelsprung hinzufügen kann also Doppelsprung hmm wie wie nein die wollte ich alter wow ach man alter ist doch hier bullshit so wo man jetzt viele Viecher hier wo oder ja bam meine Fresse so hier haben wir nochmal was denn achso der Donner oder der Donner klang grad wie so ein äh wie so ein hier äh 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 na diese rotes Viecher halt wie auch immer die nochmal heißen viele fahren jetzt in diese anderen genau Mensch wir haben ja volle Munition alter hab ich normalerweise nur wenn ich cheater hab ich mal das ist so ein Problem bei diesem Nachtlichtgerät da ist alles äh bei dem Visier hier da ist halt alles alles grün das ist natürlich schlecht aber man muss man kein Verstand so alter der speicher ist nicht häufig ist ja schon krank her ja das ist halt wohl wenn ich privat spiele für mich dann speichere ich wie ein Beklopter das speicher ist quasi nach jedem Gegner den ich umgebracht habe oh ich bin der Meter in die richtigen Richtung gelaufen gleich mal speichern ähm das brauchen wir alles nicht brauchen wir die gelbe Karte die finde ich quasi auch falsch äh wow oh BFG ok ob wir da wohl hinkommen alter ich renne hier für viel schnell über diese ganzen Dinger alter warte echt nur noch drauf bis dass ich irgendwie abrutsche und dann einmal ab in die Navarra ist ja alles so verwinkelt also wo kommt man denn hier rauf ähm nein so von hier kommen wir und hier bleibt auch keine Treppe irgendwo rauf oder? nö seltsam, seltsam, seltsam ich kann mich dran erinnern dass wir hier nach links gelaufen sind ich werde mich also jetzt nochmal versuchen hier links zu halten au bitte geh weg ja genau da so aber wie ging es denn von hier? achso jetzt bin ich natürlich im Kreis gelaufen und da war noch ein bisschen weg so dann kann ich achso ja das ist ja ja wow das ist ja genau das wo wir vorhin drauf waren gut das heißt also hier bin ich mal falsch boah meine Fresse aber wir können ja auch nichts voran lassen oder? wow wow okay ich bin verwirrt wow ja 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 mal ja 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 Danke dafür. So. Äh, wie kommen die jetzt da hinten? Die so aus, ob die mal da raufkommen? Aber hier waren wir auch schon. Hier geht's nicht rauf. Da flugt der Figgi-Figgi-Figgi-Figgi-Scheiße. Ah. Da ist doch hier Vex, ist das doch. Gibt's irgendwo Teleporter? Da mal. Sind wir die Hälfte der Zeit damit beschäftigt hier? Oh, da kann man hier doch rüberspringen. Habe ich mich vorhin einfach nur zu dumm angestellt. Ja klar, wow. Okay. Da haben wir's gelöst. So. Dann gucken wir uns erstmal hier rum. Ah. Und von hier kommt man auch an alle Figgi dran. Oder? Nee. Nee. Okay, weiter. Ja. Doch, kommt man. Hier. Und dann kommt man hier hinweg hoch. Huah. Hoch und runter. Ist hier noch was? Nee, ne? Ja. Ah, doch. Da ist was. Ähm. Meine Fresse. Ja. Ja. Jetzt wird's heftig. Das war klar. Aha. Ja. Ja. Kommt man hier wieder nicht drauf? Oder ist das nicht mehr so gut? Der Baum hat eine Lebensanzeige, aber ich kann ihn nicht zerstören. Äh. Ist das weh nachts. Gut. Das heißt also, ich komm hier nicht wirklich drauf. Oder ich stelle mich jetzt so drüber an. Oh. Okay. Ronja. Doch, man kommt drauf. Ha. Wetter? Habe ich nicht gesagt. Aber jetzt irgendwie. Na gut. Ich hatte mir zwar eigentlich viele Vortage erhofft. Aber eine Rüstung tut es auch. Na gut. Okay. Gehen wir erstmal in die Richtung hier. Das lädt uns ja geradezu ein. Ich hab schon wieder gespeichert. Oh ja. Ja. An die Szene kann ich mich erinnern. Äh. An die Stelle. Szene sagt man eigentlich beim Film oder sowas. Eine Roterbomb. Komm mal rein. Geh doch. Und wenn ich mich recht erinnere. Ich bin schon ganz viele Gegner. Vor allem diese komischen. Mir fällt der Name wieder ein. Ah genau. Also das im Spektrum. Aber ich weiß nicht wie die undurchsichtige Form davon heißt. Äh ne. Wie die heißt weiß ich nicht. Hä. Kommt man gar nicht durch. Doch. Kommt man. Ich wüsste gern wo wir hier hin können. Egal. Erstmal Gegner beseitigen. Wobei die mir gar nicht folgen können scheinbar. Ach du Scheiße. Ich schau mal einer an wo wir sind. Hä. Okay. 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 Ich kann nicht warten bis die anderen hier angreifen. Dann lock ich nämlich dafür die Spektrum von mir weg und die greifen dann die Gegner ab. Dauert zwar lange. Aber das ist ein geiler Plan. Ah. Dauert nur zu lange. Aber schieß ich schon auf die Bäume oder was? Oh da lächst mich doch auch. Ja genau. So. Entfort mit dir. Ich wurde getroffen. Alter. Ah Scheiße. Alter. Nein. Das ist doch nicht mehr normal hier mit den Bäumen. Fuck you. So. Wow. Ach. Da ist ja noch einer. Komm weißt du was. Hier. Hat aber Schmerz. Äh. Hat aber Herzlich. Alter wie lange gebraucht denn der bis er stirbt ey. Oh. Zwei mit einmal. Das ist nice. Danke da. Ja. Noch einer. Alter. Ich dachte ich hab nur ne Demo-Revision bestellt. Danke da. Ja. Alter. Die hat ja gar nicht mehr auf hier. Achso. Klar. Das waren die die zu den Gegner gelockt haben. Ja. Ein kleiner. Oder ne im effekt davon. Da oben ist noch einer. Achso. Alter. Ach der kann die Bäume zerstören. Ist ja nett. Arschloch. Hat jetzt davon. So. Noch mehr. Irgendwie die von mir was wollen. Da geht's rein. Hier geht's hoch. Oder auch nicht. Hier ist Leben. Brauch ich grad nicht. Das einzige was. Was mir verlangt ist ein bisschen. Achso. Da kommt man nicht mehr hoch. Na gut. Äh. Munition. Na gut. Den gehen wir mal hier rein. Hm. Sieht schon geil aus. Ja. Wie so ein richtiger alter Tempel. 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 Wenn man Wörter scheiße betont. So. Okidoki. Leute. Ihr habt falsch rumgemacht. Ich deppel. Diese Lichtstrahlen müssten nicht in die Richtung gehen. Aber dann in eine genau andere Richtung. Weil das Licht breitet sich aus. Und es läuft nicht zusammen. Das macht keinen Sinn. Was? Wo denn? Achso. Oh. Ha. Was ist mit mir? Wenn du was willst. Sag dem Anwalt. Wow. Gott hier sind so viele. Hab beinah vergessen. Dass ich auch noch Licht habe. Ha. Ach ja. Immer diese geilen Erfindungen. Ich hab nämlich gerade eben. Oh Gott. Gehessen noch mal. Jetzt fällt mir gerade der Name rein. Also eine andere Mod gespielt für Doom. Und. Ja klar. Hier. Äh. Äh. Komplex. Komplex Doom. Und bei Komplex Doom. Da gibt es halt kein Licht. Und dementsprechend. War mir das komplett entfallen. Übrigens hab ich deswegen auch gerade am Anfang. Bei der Map so ein bisschen gesorgt. Mit dem Nachladen. Weil bei Komplex Doom. Da legst du ihn. Da legst du nämlich nicht mit der Nachladetaste nach. Sondern mit dem Sekundärfire. Da gibt es also kein Zoom. So wie hier. Sondern da legst du hier mit nach. Ach. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alle. Scheiße. Aha. Idioten. Voll jung. So. Eins hier von One Secret. Links oder rechts. Jetzt bei beiden drei Kerzen. Achso. Aber hier ist noch ein Tonband. Aha. Achso. Ich hab noch welche. Ah. Okay. Der hier. Hier ist nämlich nur zwei Kerzen. Gut. Okay. Dann wollen wir mal. Aha. Wow. Hat sich ja voll gelohnt. Gibt es nicht noch mehr Sequels? Nein. 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 Äh. Das lohnt sich noch nicht. Oh. Da geht es runter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich brauche einen Gott. Gibt es hier noch was? Nein. Noch nicht. Licht aus. Schockert so. Okay. Übrigens können wir gleich mal wieder. So. Und einmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Zwei. Tal. Neun. BAM. Okay. Deger. Klop. Er hat zehn Bilder pro Sekunde in diesem scheiß Licht. Und da wird es einfach nur ein Light source. Okay. Ähh. Erd an Maus. Oder kommen. Danke. Da. Aber ich hab hier oft keinen Bock. Ah. Ähh. Wie ist das da? Nein. Oh, ich hab den anderen Raum gesehen, so, hier musste man sich ganz langsam forderten. Ich dachte, der Fahrstuhl wäre kleiner gewesen. Aber es ist doch böse, als ich dachte. Ja, kommt schon. Was? Scheiße. Kommt her. Nein. Ah, blöd. Ist das eine Dreckskacke? Okay, also Randschlechen geht schon mal nicht. Dann werden wir richtig hart vormachen. Super Sinn im Leben. Warten. Da. Nehme ich die? Ja, doch, komm. Äh, nein. Ja, Mann, Mann, Mann. Digga, du darfst mal mal endlich mal da. Nice. 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 Ja, das hat doch Spaß gemacht. Mal wieder seit langem die BFG eingesetzt. Tue ich viel zu selten, fällt mir grad auf. Tue ich echt viel zu selten. Ich weiß gar nicht warum. Allgemeinplassmerwaffen nutze ich extrem selten. Oh, äh, ach so. Dachte grad schon, dann kommen jetzt gleich 50.000 Gegner. Danke. Äh, lohnt sich noch nicht? Lohnt sich auch noch nicht. Okay. Wo, 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 wo? Aufwendig? Oh Gott, so langweilig. Ach, der gesamte Bun hat sich abgesenkt. Na gut, dann hat das ja mit dem Randschleichen absolut gar nichts gebracht. Äh, okay. Wird ja wieder aufgehen. Danke. Ein bisschen Buni tut doch immer gut. Auch wenn sich hier von dem Decker tropft. Dann, dann. Okay. Jetzt zum fünften mal die Tür aufmachen hier. Dann mal speichern. Okay. Okay. Was hat mich hier erwartet? Ich weiß nur, dass hier viele Gegner kamen, aber keine Ahnung mehr von... Ach so, doch. Von hier und von da. Okay. Obwohl wir uns schon mal daran gewöhnt haben. Äh, aber wie ging's auf? Äh? Wie ging's denn auf? Äh... Okay. Einmal freundlich klopfen hilft nicht. Oh, classic. Oh, macht das Spaß. Hä? Hä? Wo renge ich denn? Meine Fresse ist doch nicht nochmal. Hallo? Fuck. Alter, wie oft muss man denn da drücken? Weil, hab ich noch eine andere BFG? Nee, ne? Hm, hm. Die könnte ich eigentlich nochmal einsetzen. Mal gucken, wie stark die ist. Achtung. Okay. Was? Hat er einen überlegt? Boah, alter. Wow. Mit der Waffe verletze ich mich selber. Ach, leck mich doch. Na, lass mal ein bisschen durchprobieren. Alter, ich hänge schon wieder fest. Okay. Classic. Classic. Das sind zu viele. Alter, was mach ich denn jetzt? Äh. 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 Ich hab keine Ahnung. Okay. Ich probier mal was. Ich probier mal was. Aha. Okay. Ich probier mal was. Alles hier aufmachen. Dann hier rein. Aha. Ihr Blitches. Ja. Zum Glück kann man fallen. Manchmal austricksen. So. Okay. Jetzt. Nehmen wir den jetzt kurz hin. Ähm. Jetzt laufen alle da schon rein. Das heißt, ich hab alle auf einem Punkt. Von daher könnt ihr jetzt tatsächlich die BFG mal probieren. Gespechert habe ich. Hoffentlich. Keine Ahnung. Gespechert habe ich. Hoffentlich. Nice. Das ist auch Verschwemmung. Der letzte war zu viel. Alter. Triff doch mal. Du Stück Hühnerfühler. Du Stück Hühnerfühler. Oh Gott sind das viele. Alter. Ich glaub ich hab sie alle. Ich glaub ich hab alle besiegt. Hohohoho. Ich bin so stolz auf mich. Hallo. Oh. Jetzt haben alle besiegt. Oder? Hat noch wer? Will noch wer? Gut. Du kommst mal mit. Ah fuck off. Komm her. Ja. Ich komm hier wahrscheinlich sowieso nicht mehr hin. Von daher. Wir lassen was mal dabei. Okay. So. Du einmal bist nachgeladen. Du bist sowieso bei dir. Du hast doch kein Magazin. Oh. Oh. Danke. 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 Danke schön. Danke schön. Danke schön. Oh. Danke schön. Danke. 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 Kommt ja noch mehr? Äh, bevor ich jetzt nicht die ganze Munition aufsammle. Da kommen ja noch 30 Gegner. Hallo? Mal gucken. Hmm. I don't trust you. Oh, ne, kommt nichts mehr. Cool. Fertig. Ah, seht ihr? Jetzt wir hier. Tada. Ich hab einen gelben Skull. Jetzt erkennt man's auch. Gut. Okay, wir haben gelb. Mit gelb müssen wir jetzt wohin? Äh, ganz in ein Williamette. Na, war gut. Dann tun wir das mal. Dann kommen wir jetzt hoch hier. Ähm, nein. Da. Bin ich hier richtig? Ich hoffe es. Das sieht so aus. Ja. Wer denn? Hatte ich den nicht schon erledigt gehabt? Waren wir irgendwie so? Ach, jetzt kommt der Bereich hier. Oh Gott. Oh Gott. Hoffentlich wird er nicht so schlimm wie in meiner Erinnerung. Ähm. Ach ja, scheiße. Gut. Oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht genau so schlimm. Ähm. Hallo? Hä? Hier gibt's ja gar keine Schalter. Moment schon mal. Krieg ich denn diese Dinger da auf? Ähm. Oder muss ich die jetzt umbringen? Oh, ich glaube ich muss die umbringen. Oh, scheiße. Fuck you. So viel dazu. Nochmal eins. Wow. Nummer zwei. Ja, ich muss sie umbringen. Na, war doch klar. Aber sowas hasse ich immer, ganz ehrlich. Erstens, Realitätssphären. Und zweitens, scheiße. Und drittens, scheiße. Ich will da zurück. Ach so, da gibt's ja sowieso. Na nee, jetzt brauche ich gerade was ganz anderes. Und zwar, Plasma. Brauche ich jetzt. Oh, ich komme mal hier zurück. Ha, wie nett. Egal, jetzt viel gesagt nicht das, was ich jetzt gerade brauche. Mein Herz sieht sich nach Plasma. So, der Part war relativ kurz. Und dann gehen wir jetzt zurück. Du Scheiße. Warum muss ich immer mein Schicksal herausfordern? Das war aber kurz. Oh, Alter. Nein, nicht kurz, nicht kurz. Alter, ich komme jetzt. Alter, wie viel denn bitte? Alter. Dankeschön. Alter. Das war ja mal voll für den Arsch. Meine gesamte Rüstung ist jetzt weg. Oh, scheiße. Du darfst natürlich weiß, was ich für eine Endgibene habe. Das wird doch nichts mehr. Hatte ich hier irgendwo Rüstung? Ja, doch, hatte ich. Die habe ich aber schon mitgenommen. Ah, das ist Bullshit. Okay. Genau. Ah. Ha. Hier muss ich nicht überhin. Nice. Du. Dann. Wollen wir mal. Ja. Oh. Die da. Das war's wieder auf der... Auf der... Wie auch immer das heißt. Aha. Ronny lernt Zielen. Ich denke. Ah, Megasphere. Das ist ein nice. Gut. Raketen habe ich auch ganz... Ach ja, das war der Part, wo ich nicht mal hochkam. Ja, machen wir's so wie letztes. Schieten wir's dann wieder hier hoch. Okidoki. Aua. Hier gibt's ja Fallschaden. Das laden wir neu. Aha. BFG. Open 9000. Gut. Okay. Let's have fun with the Endgegner. Danke. Ich trau mich nicht. Gibt's den Schalter? Nein. Perfektor. Fickli, fickli. Gut. Das war schon mal schlecht. Warte, wie groß ist denn der? Okay, ich bin hoch. Ich glaube, das mit dem Weglassen dieser Megasphere war eine Filleinschätzung meiner Lage. Warum schwächere ich jetzt gerade? Ich habe auch gerade gespeichert. Na gut. Erstmal rauslocken und dann weit weg werden. Klappe jetzt. Hä? Oh, hier ist ein Handzeigefehler. Hier ist ein virtueller Körper um den Rahmen drumherum. Nice. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Boah, Alter, wie viel fucking Damage hat der denn? Der hat mir die Megarustung, äh, Megarustung. Megasphere hat er ja genauso richtig gebracht. Gut, ich muss ihn irgendwie, ähm... What? Ich kriege noch Raketen? Das wird ein Kampf der dritten Generation. Nein. Boah, na schieß doch mal jetzt. Holy moly. Super, Maja. Boah, Alter, nicht du mich, ich dich. Du, Halunke. Oh Gott, Alter. Das wird nichts. Ich muss jetzt mal rauslocken. Und jetzt weg. Ich hab's doch mal stehen, du Arsch. Ah, das gibt's doch gar nicht. Was mach ich denn jetzt? Na komm, leck mich. Hab keinen Bock mehr. Aber nein. Einmal zurück. Einfach nur noch ein Katzenbogen-Spieler. Na komm. Wo bist du denn? Glied, leck mich noch. Ah, noch 3000 gefunden hat. Holy moly. Ah, Gott, Alter. Treffe ich mich hier unter anderem selber? Ich hasse diese Bäume. Ich hasse alle. Ah, das bringt nichts. Erstmal muss ich mich, um ihn anzulocken. Auch wenn ich ihn dann angelockt habe. Ernsthaft? Egal, ich mach's doch nicht fertig. Alter, aber nicht. Oder auch nicht. Sindsson. Okay. Okay. So? Wie geht ja. Was ist das? So? Ist das? Ich mach's. Ia. Was ist das? Noch 2700. Komm, das schaffen wir. Wow. Wow, das verfallt. Noch 900. Komm. Boah, noch 177. Alter. Riff nochmal. Bitch, please. Bitch, please. Peace. Geht doch. Meine Fresse. Alter Schwede, das gibt's doch gar nicht. Was ist hier eigentlich? Oh. Fix-Profiler. Ach du. Ach du heilige Scheiße, Alter. So, jetzt müssen wir wieder ein paar Raketen einsammeln, aber sind wir eigentlich soweit durch. Oder wir sind durch. Gab's ja nicht doch Raketen hier, ne? Außer am vollsten Kurs, gab's hier nichts mehr. Ne. Schade, eigentlich. So, mal gucken, ob wir nochmal ein bisschen Milizierung finden. Eigentlich haben wir ja alles, außer Raketen. Achso. Und, äh, Schrotflinte. Kann ich nur noch machen. So, kurz. Schade. Ich werde den Garten. Es ist ein bisschen Dormammagier. Ah, voila. Nice, nice, nice. Weil für den nächsten K... Achso, Quatsch. Wie fällt der ein beim nächsten Kampf Primermunition? Ah, super. Also, Karteck, was ich jetzt verpippt, was mache, ist komplett ansonsten. Sowas hat man natürlich gerne. Egal. Wenn ich schon mal dabei bin, dann spielen wir halt ein bisschen Messi. Nach eigenem Ermessen. So, egal. Ich geh zum Ziel. Und das war... Doch, genau, ja. Ok, ok. Ok, dann würde ich mal sagen, das war's wieder für die... Wann da, nochmal falsch. Für die Runde. Oh, ja, ja, bla bla bla. So, äh, Quick Save. Ja. Auch wenn das mal wieder eine relativ lange Runde war, weil es halt ein extrem komplettes Level war, also im Sinne von verwirrend. Aber gut, wir haben's geschafft. Von daher, ciao mit V. Ciao. 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 Ciao.